Brücken, ja! Ausgang, Review, komm ich jetzt da hin? Na egal. Ah, interessant. Wenn man dreimal ausweicht, dann macht das eine Rolle. Okay, da kann ich nichts machen. Hier kommen Gegner, ja. Ja komm, gebt mir die Edelsteine. Jawohl, 220. Oh ja, schnell hoch. Sack, weg. Wunderschön, noch ein Köpfchen. Achso, ich dachte schon, jetzt will noch jemand auch besser haben. Say cheese. Gut. Herknöpfe zum Drücken. Jey. Ah, was denn nun? Nächste Ebene, wie viele Ebenen hat dieses Ding? Die Mission werden auf jeden Fall länger und länger. Das sieht doch verdächtig aus hier. Gut, zu viel dazu. Aha. Oh. Der ist ein bisschen fetter. Na los, hau deinen Kollegen jetzt platt. Danke. Schau mal, einer weniger. Okay. Alter, ich finde das so geil. Kann man hier jemanden die Kleine hier wechseln? Huiuuu. Jawohl. Okay, den kann ich nicht einfach so rechauen. Okay. Wo kannst du denn hin? Vielleicht soll ich mal aufhören, mich so viel um die Kleinen zu kümmern. Ja, schön, dass jetzt gerade der Aufzug kam. Ich will den aber noch platt machen. Das sehe ich gar nicht ein. Na bitte. Huiuuu. Roll, Ding in Roll. Gut. Das scheint mir nicht wirklich was gebracht zu haben, aber hey. Vielleicht sollte ich doch in Erwägung ziehen, dieses Blut für Heilung zu kaufen. Das mache ich jetzt einfach, bevor ich es mir wieder anders überlege. Ich habe sauviel mit dem Zeug. Okay. Ja, komm, nehmen wir uns das mal. Und dann noch. Verbessern wir noch den Schuss, ja. Sehr gut. Oha. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wirklich reinhaut. Das ist ein Privataufzug hier. Oh, meine Güte. Das Spiel ist so sexistisch, das geht gar nicht. Also, das ist ein ziemlich großartiges Bildung. Das ist nicht so großartig. Das ist nicht so großartig. Es ist nicht so großartig. Es ist nicht so großartig als unser Kontrakt fee. Ich fühle mich zu der Moon. By the way, do you know what es called when the Moon blocks out the Sun? An Eclipse? Correct. Warum hast du das gemacht? Ich habe es nur gedacht, weil es ein speziell Report auf die News gibt. Du kennst, dass die Moment die Moon blockss die Sun, es heißt, eine Diamond Ring? Well, nicht du die Romantik? Romantik? Ich spreche einfach über Tangible Asset. Ist es ein Punkt, du hast zu machen? Nur, dass ich eine Material-Gerlose. Was ein Überraschung. Boah, Aufzug des Todes durch Langeweile. Haben wir es jetzt mal. Ja, danke. Yay. 1000. Wir haben einen Gewinner. Oder so. Gut. Also, der ist so creepy. Okay. Und so. So, I will mass-produce these sounds of malice and transmit them throughout the world from this very tower, which will serve as an amplifier. Sorry, I think I missed a few key points there. So, could you start over with this grand plan of yours? Evil is going to spread, and this world will be purified. Yeah, that's great and all, but I've come to take back her ears. Come to take back? How vulgar. You think I'm vulgar? Take a look in a mirror, pal. Strange. The man in the photo actually isn't bad looking. You don't understand anything, do you? You don't understand anything. I no longer need a body of flesh, as long as I have Miss Jubilee's ears. Those ears belong to someone else. Your logic makes no sense. But it is a force that can be used for good. It can purify the world. Whatever, I've got work to do. So let's get this over with. I'm here to execute you. Our opinions are very different on this, aren't they? Debating the matter won't get us anywhere. May I suggest we settle this the hard way? Agreed. I shall reveal to you my true form. The sword is a weapon, yep. What is that again? An electrical gorilla? What am I saying? What am I saying? How do you think? You're not allowed to have to be sponsored by your team. Wie gesagt, wir sind fertig zu sprechen. Jawohl! Los, gib ihm den Rest! Zack, Ärmchen ab! Ein Ärmchen reicht aber, glaube ich, nicht. Ja, sicher! Ich habe das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen härter wird. Ach, verflixt. Egal, Wiederbelebung, bitte. Ich stelle mich so scheiße an, das ist traurig. Und wenn mir das Spiel Continuous gibt, dann benutze ich sie auch. Habe ich wieder zu... Das gibt's doch wohl nicht. Ey. Wie ich immer falsch blocke, es ist doch zum Kotzen. Okay, das geht so noch nicht. Boah, hör doch mal auf, das ist doch... Das gibt's doch wohl nicht. Ich stelle mich so kacke an, das ist unglaublich. Also, ne. Werde ich jetzt gleich verrecke, dann fange ich nochmal von vorne an. Das ist ja wohl nicht. Ernsthaft? Ne, komm. Das mache ich nochmal neu von einem Kontrollpunkt aus. Ja, leckt mich doch. Das war ja so ne peinliche Vorstellung. Immer falsch ausgewichen, ich versteh's nicht. Ach ja, komm. Du mich auch. Ich mach's immer noch falsch. Die Smarts funktioniert. Uh, Karussell-Move. Die Attacke ist wirklich... Lächerlich. Ach. Warum starte ich mit nur vier Kristallen, würde ich gerne wissen. Macho, macho, macho! Macho!